Wie bringe ich Musik in ein Videochat oder ein Online-Meeting? Die 45-Sekunden-Antwort lautet Als Voraussetzung benötige ich etwas zusätzliche Hardware, also ein Abspielgerät, ein Tablet oder Smartphone mit den Audiodateien, ein Klinke-Klinke-Kabel 3,5 mm Stereo und achtet bitte darauf, dass der Körper des Steckers schmal ist, um diesen trotz der Schutzhüllen richtig einstecken zu können. Und beim Einstecken muss der Lautsprecher des Tablets oder Smartphone ausgeschaltet werden, wie wenn ihr einen Kopfhörer einsteckt. Optional ist ein USB-Mikrofon-Kopfhörerverstärker möglich.